Während der Druck, sich impfen zu lassen, weiter steigt, hat Bayerns Vizeregierungschef Hubert Aiwanger seine Skepsis gegenüber Corona-Impfungen erneut gegen Kritik verteidigt. Er warte mit einer Impfung, bis er selbst überzeugt sei, dass eine Impfung für ihn ganz persönlich sinnvoller sei, als ungeimpft zu bleiben, sagte der Chef der Freien Wähler am Mittwoch im Interview mit dem Deutschlandfunk. Man muss auch kein Geheimnis darum machen, dass man auch im persönlichen Umfeld von Fällen hört, die massive Impfnebenwirkungen haben, sagte Aiwanger. Näher benennen wollte Aiwanger diese Fälle nicht, da bleibt einem schon das eine oder andere Mal die Spucke weg, ergänzte er aber. Dabei widersprach Aiwanger auch der These, dass die Pandemie durch die Impfungen beendet werden könne und warnte davor, dass doppelt Geimpfte durch eine falsche Nachlässigkeit bei Tests das Virus weiter verbreiten. Aiwanger sagte voraus, dass im Herbst die Infektionszahlen trotz vieler Impfungen im Land wieder steigen würden, ähnlich wie im Herbst letzten Jahres ohne die Impfung. Die Debatte um eine Corona-Impfpflicht in Deutschland haben auch Patientenschützer scharf kritisiert. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brüsch, nannte es in der Düsseldorfer Rheinischen Post brandgefährlich, öffentlich über eine Impfpflicht nachzudenken. Niemand kann hierzulande ein Interesse haben, mit der Polizei eine Impfpflicht durchzusetzen, betonte er. Impf-Skeptiker müssten mit Argumenten überzeugt werden, forderte Brüsch. Aiwanger erntete für seine Aussagen viel Kritik. Impf-Befürworter wie Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir riefen unter dem Hashtag Aiwanger zur Impfung auf. Andere warfen ihm vor, mit seiner Impfskepsis im Bundestagswahlkampf auf Stimmenfang zu gehen. Intensivpfleger Christian Snurawa spricht in einem Interview mit der Epoch Times von einem regelrechten Impfwahnsinn. Ich bekomme jeden Tag mit, wie Gesundheitsämter und Ärzte in Pflegeheimen und Beatmungswohngruppen anrufen und den Impfstatus abfragen. Gesundheitseinrichtungen und Pflegedienste werden tagtäglich unter Druck gesetzt. Gesunde Mitarbeiter werden bedrängt, sich ohne ordnungsgemäße Aufklärung mit den neuen Technologien behandeln zu lassen. Menschen, die in den letzten Atemzügen liegen, werden damit therapiert. Snurawa ist einer der Initiatoren des Netzwerkes Pflege für Aufklärung und ist in der außerklinischen Versorgung tätig. Allein schon durch die öffentlichen Medien würden die Menschen unter Druck gesetzt, meint der Intensivpfleger. Es sei inzwischen auch üblich, dass Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer Impftermine machen und diese dann persönlich vorsprechen und vor allen Leuten sagen müssten, dass sie nicht geimpft werden wollten, erzählt Snurawa. Einen Schritt weiter sind bereits die US-Internetkonzerne Google und Facebook. Für Mitarbeiter, die nicht im Homeoffice arbeiten wollen, haben sie nun eine Impfpflicht verhängt. Jeder, der zum Arbeiten auf unserem Campus kommt, muss geimpft sein, erklärte Google-Firmenchef Sundar Pichai in einem Blog-Eintrag am Mittwoch. Ähnlich äußerte sich Facebook. Die Homeoffice-Regelung wird in beiden Unternehmen wegen der erneut steigenden Corona-Zahlen bis Oktober verlängert. Doch Intensivpfleger Snurawa nennt auch Fälle von Personalausfallen nach der Impfung. Ich kenne viele Krankenhäuser, wo derzeit auf manchen Stationen kaum Patienten sind, weil das Team geschlossen nach der Impfung ausgefallen ist. Die Ausfallkosten für die Krankenhäuser sind nicht unerheblich. Der Lohn wird weitergezahlt, aber Patienten müssen in andere Kliniken umverlegt werden. Das bedeutet weniger Einnahmen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zeigte sich indes enttäuscht über die gesunkene Impfquote in Deutschland. Er sprach sich für eine Aufhebung von Corona-Auflagen nur für Geimpfte aus, um Impfunwillige weiter zur Immunisierung zu bewegen. Ich kann die mangelnde Impfbereitschaft nicht nachvollziehen. Das macht mich maßlos traurig, sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Darin zeige sich die tiefe Widersprüchlichkeit der Gesellschaft. Zu Beginn des Jahres hätten die Menschen es nicht erwarten können, die rettende Spritze zu bekommen. So Schäuble. Nun würden Hausärzte verzweifeln, weil Impfdosen massenhaft bei ihnen liegen bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020